Wir kommen zu Python für Fortgeschrittene. In Python ist alles ein Objekt und in diesem Video geht es um Callbacks und die Lambda-Funktion. Um Callbacks zu definieren, definieren wir erstmal eine ganz normale Funktion. Eine mathematische Funktion, die ich hier in diesem Beispiel benutzen werde, ich nenne sie einfach Quadriere plus 1. Und die nimmt einen Wert x und gibt dann zurück x mal x und ihr könnt es erahnen plus 1. Okay, diese Funktion möchte ich jetzt gerne verwenden in meinem folgenden Programmcode. Aber ich möchte sie unter Umständen mal hin und wieder austauschen. Und hier können wir folgendes machen. Wir definieren uns einfach eine Variable Funk und die setzen wir jetzt gleich Quadriere plus 1. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Also, wir haben die Funktion selber, Quadriere plus 1, gleich Funk gesetzt. Beziehungsweise Funk diesen Wert übergeben. Das darf man nicht verwechseln mit einem Funktionsaufruf. Ich zeige das einmal. Wir geben uns hier mal Funk aus. Also, so bekommt man folgendes, Function, Quadriere plus 1 und dann die Speicherstelle, an der diese Funktion definiert ist. Wenn wir allerdings einen Aufruf beispielsweise machen, hier mit den Parameterklammern, beziehungsweise dem Parameter x, dann bekommen wir, zack, eine 26. Weil 5 mal 5 plus 1 offenbar 26 ist. Also, wir bekommen hier ein Integer raus, eine ganze Zahl. Und wir können das noch nichtmals mehr mit der Funktion quasi rückverfolgen, sage ich jetzt mal. Weil dieser Integer völlig losgelöst von der eigentlichen Funktion ist. Aber so speichern wir die Funktion selber. Und die können wir jetzt auch anwenden in unserem Programm. Beispielsweise, sagen wir mal A gleich Funk und jetzt von, nehmen wir mal 6. Ich sollte es mal ausgeben, damit man hier auch noch was sieht. Und, tada, okay. Also, wir haben uns die Funktion hiermit einfach nur quasi umbenannt. Und die können wir jetzt hier in unserem restlichen Skript unter dem Namen Funk benutzen. So, dieses Konstrukt hier, das wird auch noch öfters mal verwendet. Und zwar kann man eine Funktion einer anderen Funktion übergeben. Und die macht dann irgendwas mit der Funktion. Das nennt man auch Callback. Oder Callback-Funktion. Das gucken wir uns jetzt einmal an. Dazu nehmen wir mal... Ja, ich weichere das hier einfach mal so ab. So. Oder nee. Hier geht's weiter. So. Ich nehme hier zur Demonstration einfach mal die Map-Funktion. Und diese Map-Funktion, die macht irgendwie folgendes. Die nimmt erstmal ein Callback und dann ein Iterable. Iterable sind beispielsweise Listen oder Tuples oder was auch immer. Ich übergebe jetzt hier mal eine Liste an Zahlen. Und dann macht die Map-Funktion folgendes. Die wendet einfach die Callback-Funktion auf jedes Element dieses Iterables an. Und dann gibt sie ein neues Iterable zurück. So. Wenn wir uns das mal ausgeben mit Print. Und dann steht hier nichts... Was habe ich falsch gemacht? Oh, Callback is not defined. Ja klar. Als Callback benutzen wir jetzt mal unsere tolle Funktion von oben. Und ich führe das Ganze nochmal aus. Jetzt steht hier Map-Object, weil wir das noch als Liste casten müssen. Und jetzt haben wir unsere tolle Funktion Funk, die eigentlich hier diese Funktion ist, die hier steht, auf jedes Listen-Element angewendet. Und raus kommt wieder eine Liste, weil wir das hier auf Liste gecastet haben. Das war ein klassisches Beispiel, wie man hier so eine Callback-Funktion benutzt. Und man kennt das auch gerade aus der GUI-Programmierung. Da benutzt man oft Callbacks bei irgendwelchen Events. Das heißt, man definiert sich so Sachen, wie beispielsweise, wenn man auf den Button klickt, dann soll das und das gemacht werden. Und das und das steht in einer Funktion. Und diese Funktion übergibt man der Klick-Funktion oder was auch immer als Callback. Bei diesem Beispiel, da ist es jetzt mal so, oder ich sag jetzt mal, es gibt Beispiele. Da sind die Callback-Funktionen so Einzeiler wie hier. Und diese Einzeiler benutzt man eigentlich nur einmal. Und da kann man das so machen, dass man hier keine Funktion als solche übergibt, sondern eine Lambda-Funktion. Und eine Lambda-Funktion ist eine Funktion ohne Namen. Und die wird hier quasi inline einfach hier rein definiert. Und die funktioniert so. Ich gebe das Stichwort Lambda an. Und dann sieht man hier auch ganz schön, wird das vom Syntax-Highlighting schon gleich fett gedruckt. Und die Lambda-Funktion nimmt einen Parameter x, genau wie ich sie oben auch definiert habe. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Und dann kommt nur noch was mit dem, was zurückgegeben werden soll. Nämlich x mal x plus 1. Das war die Lambda-Funktion. Also mit dem Konstrukt haben wir quasi eine Funktion definiert, die wir hier inline einfach reingeschrieben haben. Also die Funktion hat keinen Namen. Und danach können wir auch nicht mal drauf zugreifen. Aber für diesen einen Fall ist es ja ausreichend. So, wir führen das Ganze mal aus. Und wie man sieht, wird hier das Gleiche gemacht. Ich kann diese Lambda-Funktion aber auch nehmen und jetzt hier beispielsweise so definieren. Funk 2 gleich Lambda. Führen wir das Ganze mal aus. Man sieht, das hat er gefressen. Und jetzt übergeben wir hier einfach mal Funk 2. Und das funktioniert auch. So toll ist Python. So, damit beende ich das Video. Wenn es dir gefallen hat, dann gib doch bitte ein Like oder schreib einen Kommentar und abonniere diesen Kanal für weitere Python-Videos. Bis bald und mach's gut.